uttana ekapada shirasana auch genannt uttita ekapada shirasana ist die stehende fuß hinter dem kopf stellung im stehen beuge das standbein hebe den anderen fuß hoch und bringe dann den fuß hinter den kopf anschließend gibt die hände vom brustkorb zusammen so hast du ekapada einen fuß hinter shira hinter den kopf und du stehst deshalb uttana eine andere bezeichnung dafür wäre uttita ekapada shirasana uttita heißt ähnlich wie uttana stehend aufgerichtet diese stellung entwickelt gleichgewicht flexibilität in der hüfte gibt eine gute massage für die bauchorgane und stimuliert auch herz und kehlchakra